Der Fennec Backpack One2Explore, der perfekte Begleiter auf deinem nächsten Outdoor-Abenteuer. 28 Liter Volumen, diverse Taschen, Fächer und Verstaumöglichkeiten sowie ein durchdachtes System und praktisches Zubehör machen ihn zu deinem besten Buddy unterwegs. Aber gucken wir uns das Ganze doch mal etwas genauer an. Starten wir mit dem Hauptfach. Dieses bietet wirklich einiges an Stauraum. Selbstverständlich passen hier auch diverse Fennec Grills, Klapproste, Feuerschalen oder auch die Kühltasche hinein. Außerdem haben wir an der Rückseite die Möglichkeit, Dinge zu fixieren und haben hier noch eine extra Tasche. Auch das Frontfach bietet noch einmal einiges an Platz und lässt sich durch diverse Taschen, Fächer, Gurte, Reißverschlüsse wirklich sehr, sehr gut organisieren. So hat man alles griffbereit und muss nicht lange suchen. Und hier passt wirklich, wie gesagt, noch mal einiges hinein. Die Front ist außerdem mit einer Patchfläche und Molly-System versehen, sodass wir hier die Möglichkeit haben, auch noch weitere Taschen und Zubehör zu befestigen. An der Vorderseite befindet sich auch noch diese kleine Tasche. Hier können weitere Kleinteile oder auch unser Fennec Feuerzeug perfekt verstaut werden. Ein weiteres Fach befindet sich etwas versteckt an der Rückseite unseres Rucksacks. Hier ist Platz für eine Trinkblase und auch eine Durchführung für den Trinkschlauch ist bereits vorgesehen. Apropos trinken, hierfür ist auch in den beiden Seitentaschen Platz. Auch hier wieder mit Molly-System und Reißverschlüssen, um sie in der Größe noch einmal zu erweitern. Mit dem Lieferumfang enthalten sind außerdem vier Kompressionsgurte, die wir mit einem Klett-System einfach an der Seite unseres Rucksacks anbringen können und hier weitere Gegenstände befestigen können. Zusätzlich befinden sich an der Seite aber auch an den Schultergurten robuste D-Ringe, wo wir zum Beispiel mit Hilfe von Karabinern weitere Sachen befestigen können. Auch unser Griff ist natürlich super stabil. Kommen wir jetzt zum Tragesystem unseres Rucksacks. Hier haben wir noch einmal diverse Schlaufen und D-Ringe, wie gesagt, einen Brustgurt mit Signalfeife, der sich in der Höhe verstellen lässt, um das Ganze an die Körpergröße anzupassen. Der Hüftgurt ist auch einstellbar und sogar auch abnehmbar bei Bedarf. Und wir haben ein wirklich großzügiges Zirkulationssystem für eine schöne Luftzufuhr am Rücken. Optional zu erwerben gibt es noch diese Zubehörtasche, die entweder mit einem Schultergurt getragen werden kann oder auch am Rucksack befestigt werden kann. Wir haben hier auch nochmal Patchfläche und Molly-System. An der Rückseite, wie gesagt, hier auch das Molly-System, um das Ganze am Rucksack zu befestigen. Wir haben eine Haupttasche, wo wir diverse Gegenstände drin verstauen können und diese ist ein echtes Platzwunder. Hier passt nicht nur eine Gasflasche inklusive Brenner hinein, sondern auch zwei 450er oder zwei 500er Gasflaschen. Und auch die Fronttasche, ein echtes Platzwunder. Entweder hier nochmal eine Gasflasche oder ihr seht es, auch mit Organisationssystem lässt sich hier einiges rein organisieren. In der optionalen Kühltasche habt ihr entweder eure Kaltgetränke, Lebensmittel oder eben beides dabei. Und auch eine Tasche für die Kühlakkus ist hier vorgesehen. Sehr, sehr praktisch. Alles in allem macht der Fennec Backpack 1 to Explore seinem Namen wirklich alle Ehre. Also, worauf wartest du?